Hier, Gefährten wieder losschicken. Hier kriege ich 946 Credits, wenn ihr mich lieber dafür einsetzen wollt. Und wo kriege ich noch ein bisschen was ordentliches raus? Artefaktenfragment 2. Grades. Okay, Lustrede. Perfektion ist mein Ziel. So, jetzt gehen wir mal die ersten paar Quests machen hier. Oh, das war die Tastenbelegung wieder reingekommen. Jetzt fangen mich mal die Schlotterkügel gerade in Richtung. Aber die ersten 3 Gegner sind schon mal da unten. He he. Da kommen die Nächsten. 430. Aber ich ratter hier durch, weil mein Schwert ja gut damage macht. So, hier sind Sachen, die ich machen muss. Oh, mein Haustier ist weg. Die haben das abgeschossen, die Schweine. Ja. Hier! Ich muss meine Hotbar unbedingt umlegen. Das macht Schuh. Das ist Schwertschutz, Würgegriff, Auslöschen, wütender Ausbruch. Das ist egal. Ne, ich lass das so. Ähm. Mepp. Ich muss einmal da hin. 8 von 45? Das ist schutzig. Leck mir doch die Füße sauber. Ähm, ich sag's nur so. Warte mal ganz kurz, was ist gerade zu dauern. Ich sag's nur noch. Ich sag's nicht. Ich sag's nur noch. Ich sag's nicht, wie du das ist. Die Füße in die Hand. so jetzt ich habe so viel verstanden die gleiche quest wie du schätze ich mal ja ich ne das was heißt quest das ist halt so eine nebensache ich habe hier einen raum da soll ich 45 banden mitglieder klatschen und nebenbei mache ich irgendwelche sicherheitsstationen ja du musst die droiden befreien und du musst übrigens nicht 45 leute klatschen das machen die droiden für dich du kannst es natürlich auch selbst machen aber sicherheitsdruiden station 3 repariere sicherheitsdruiden konsolen genau und wenn du die konsolen das mache ich das finde ich auch da wenn du dir hier drüben gefallt bekommst du dich dann alle über die stehen und ich dich dann auch Okay Nein, nein, nein Nein, nein Wenn ich den ersten Droiden befreit habe oder reaktiviert habe, habe ich hier schon fast alle geklatscht. Ja gut, das ist unser Unterschied. Ich gehe ja durch die Luft gut. Ja, du kannst es ja unsichtbar machen. Ich bin da eher der Kämpfer. Gut, ich wüsste aber auch, wir beide werden in unsere Rollen gesunken. Ich schaffe es gegen das Gegner gar nicht. Und du hast sogar noch deine Gehirn. Die sind doch easy, Dior. Ich werde auch bloß von der Ehen geheilt, die hier ist. Ich habe keine Zwei, die mich heilen. Ich kann nur einen Gefährten mit mir rumführen. Und dann kann ich die einstellen, ob die Tanks sind, ob die auf Schaden gehen oder auf Heilung. Und meine ist halt auf Heilung eingestellt. Die Aufgabe ist erfüllt. Oh, äh, Aufgabe erfüllt, Aufgabe erfüllt. Jetzt muss ich die anderen zwei Gefährten auch mal wieder wegschicken. Äh, oh, 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 1240 gibt es hier. Mach das mal bitte. Ist gleich erledigt. Und du das da oben. Perfektion ist mein Ziel. Ein bisschen Money machen. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? 222.000. Ja. Ja, in der Trommeladen. Ich gucke mir ja regelmäßig zurück. Ja, klar. Ja, ich gucke mir alle wieder zurück. Nein, du kannst auch deine Rüstung aufwerten. Neue Teile kaufen oder was. Nein, du kannst ... So ein, ähm, so ein, ähm, wie hieß das? So ein Ultra-Dingsbums-Verbesserung? Irgendwas kannst du, ähm, in die, äh, deine, äh, lalalalalala, in deine Rüstung mit reinmachen. Die haben auch, ähm, Off-Rüstungs-Slots. Das siehst du ja, wenn du dein Charakter-Menü öffnest, die haben, äh, ganz, ein ganz kleines Viereck rechts unten in der Ecke. Da kannst du ein, das ist ein Verbesserungs-Slot. Da kannst du hauptsächlich auf Schutz gehen. Ja gut, wo ist Rüstung wohl da? Ja. Ja, aber wusste ich zum Beispiel nicht. Hab ja aber auch noch keinen Händler zugedänt sehen oder so. Ähm, das ist dort auch, wo du, äh, das Zeug fürs Lichtschwert holst, bei dem Händler. Das wird ja, wird dir aber bestimmt aufgefallen sein, du kannst nicht alles in dein Lichtschwert reinmachen. Da gibt's so eine ganz komische Legierung. Die ist nur für die Rüstung da. Na, schau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Wohlstandstoken erhalten, ok. Sooo, jammer, was macht denn dieser Totener? Okay, der wird mir nirgendswo angezeigt. Ich hab grad ein Wohlstandstoken eingesammelt, der wird mir nirgendswo angezeigt. Das ist ja auch mal geil. Wer weiß. Irgendwann find ich den wieder. Ja. 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 Das waren 2 von 4 Druinen. Ich muss noch 11. 10 nur noch. 11. 11-5. 12. Das war's, das war's, das ist Leben, das war's, das war's. Aaaaah, hier oben gibt's noch irgendwas. Gegner, wow. Ach, hier oben sind die anderen Droiden. Ja, doch. Oh, was haben wir da gekriegt? Ja, wieder Kristalle, das ist mir egal. Hier gab's doch gerade irgendwas. Heiliges Artefaktenfragment. Oh, oh. Nice nice. Das da machen. Das da machen. Überlassen Sie alles mir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Wenn du mich enttäuschst, Ruide, nehme ich dich auseinander. Aaaaaah, DDR! Ja. 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 Ich habe einen Helm bekommen, der sinnlos ist, kann ich ihm die Wett anziehen? Der Irrer macht 290, der macht 333 Beherrschung, 28 Ausdauer. Yo, du ziehst den hier an, Wett! Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ach du Heimatant, egal. Okay. So, die eine Quiz ist erledigt. 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 Ja! Oh, 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 oh. So, die nächste Quest erledigt. So, die nächste Aufgabe ist dann... ...dort fatale Folgen. Gehen wir da natürlich hin.